So Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen News-Spezial hier bei uns auf Sport & Games TV. Nämlich geht es heute um Breaking News bzw. Top News in diesem Video hier bei uns auf Sport & Games TV. Und zwar steht der erste Aufsteiger aus der zweiten Fußball-Bundesliga fest. Der erste FC Köln steigt in die Bundesliga auf. Dadurch kann sich jetzt auch nichts mehr verändern. Also das steht auf jeden Fall schon fest. Und zwar schauen wir uns das Ganze noch mal an. Das Ganze bei uns in den Breaking News bzw. Top News. Erster FC Köln steigt in die Bundesliga auf. Schauen wir doch mal auf die Zahlen und Fakten. Das war heute der Sieg im 32. Spieltag gegen die SPVGG Kreuter Fürth. Der 1. FC Köln ist der erste Aufsteiger in dieser zweiten Bundesliga-Saison, da Hamburg, Paderborn und Korea gepatzt haben. Und jetzt der nächste Fakt. Köln damit Gewinner des Spieltags. Warum kann ich das sagen? Weil an diesem 32. Spieltag in der zweiten Bundesliga was Legendäres passiert ist. Nämlich ist passiert, dass alle von Platz 2 bis 8 im Spieltag entweder unentschieden gespielt haben oder verloren haben. Also was ganz Legendäres. Und damit Köln, da sie erster sind und gewonnen haben heute gegen Kreuter Fürth bzw. gewonnen haben, sind sie also auch Gewinner des Spieltags. Und es ist natürlich dann auch als letzter Fakt noch, oder der letzte Fakt noch, der direkte Wiederaufstieg des 1. FC Köln nach dem Bundesliga-Abstieg 2018. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Der 1. FC Köln steigt wieder in die Bundesliga auf. Und was passiert dann noch mit dem Hamburger SV oder Paderborn oder Union Berlin? Also das ist auf jeden Fall noch ganz spannend, wer sich den zweiten Platz sichert und den dritten Platz auf Relegation gehen wird. Natürlich werden wir euch dann hier bei Sporting Games TV auf dem Laufenden halten. Und selbstverständlich auch, wenn die ersten Bundesliga-Absteiger feststehen werden, wird es natürlich auch hier dann dazu bei Sporting Games TV ein Top-News-Video geben. Darauf könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon freuen. Und wenn, wie gesagt, der nächste zweite Bundesliga-Aufsteiger feststeht, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Und was ihr euch dann auf jeden Fall schon freuen könnt, wenn ihr Eishockey-Fans seid, die Eishockey-Wern 2019 startet wieder ab Freitag. Und natürlich mit Deutschland und Co. USA, Kanada, Russland, alle Länder, die gut im Eishockey sind. Dänemark, Lettland, alle live bei Sporting Games TV. Die größte Eishockey-Wern 2019 ab Freitag live und für alle frei empfangbar hier bei uns auf Sporting Games TV. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Also der erste FC Köln steigt in die Bundesliga auf. Direkter Wiederaufstieg nach Bundesliga-Abstieg 2018. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Also werdet ihr auf jeden Fall Abonnenten von Sporting Games TV. Dann verpasst ihr jetzt zum Thema Sport und Gaming gar nichts mehr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Macht's gut. Bleibt sportlich. Ciao.